Hi! Hi! Grünliche Weihnachten fast! Ah! So ein Dinkinaller! Ja, der 19. Ah, da ist so leid! Isa, ich hab eine Frage, ich hab eine Frage. Ich weiß, was letztes Mal passiert ist, ne? Aber, warum hab ich ein Ei? Ah, das ist eine Gast hier! Okay, dann hab ich keine Fragen. Alles gut, weiter. Das könnte auch ein Garstei sein, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Je nachdem, wo wir hingeschossen haben, ne? Ja! Ach Mensch, Dezember der 19. Oh, ho, ho! Oh, oh, no! Oh, it's nearly Christmas, where did my reindeer go? Hm, weiß ich nicht, vielleicht ist es ja hier unten irgendwo. Also, ich hab da schon mal so eine ganze Schar gefunden. Ich will einfach nicht noch mal. Ich will diese Gast hier nicht, die soll weg. Ich geh schon mal. Kommst du mit? Ach so, ja! Ahhhh! Syvanya! Wo bist du? Ich hab mich in den Boden gebrüttet. Da. Okay. Oh, da ist noch eine Gasträne. Die hab ich da hingeworfen, weil ich die nicht mehr wollte. Hi, Popel! Ja. Hallo, lass du mal meine Popel, bitte. Ja, die sind mit viel Liebe produziert. Genau. Aha. Sind gut an. Aua. Hat es jemals aufgehört? Das Grüne war also gar nicht von Wichsen. Das sind alles Popel. Entschuldigung. Also, vielleicht haben die Rentiere ja auch einfach nur übelst einen Schnuppen, ne? Also, bei der Kälte kann ich das nachdenken. Vor allem bei diesen zugigen Häusern, die dann teilweise nur mit... Wen hatten wir jetzt als letztes? Donner? Oder Cupid? Da ist Cupid. Da ist Cupid. Da ist Donner. Wir müssen was hier... Blitzen! Blitzer! Wir brauchen Blitzer! Donnershockattacke! Äh... 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 Ich bin auf Boot! Okay, jetzt... Jetzt... Wie hast du das ge... Ich hab mich... Ich bin da dran gesprungen und bin aufs Boot und so. Aua. Das ist ein Boat Jump. Oh, da... Ach, man muss auf die Glipsche da. Scheiße. Es hat bei mir auch einfach geklappt in dem Moment, wo ich mich rausgedingst hab. Ich weiß... Ich krieg das mit dem Springen auf Schleimli hin, dass das irgendwie... Ah! Ich bin grad einfach verschwunden. Mit dem Boot, wollte ich nun mal angemerkt haben. Das Boot ist jetzt auch weg. Warte, pass mal auf. Ach, jetzt ist es wieder da doch, Mensch. Hi! Ich kann dir auch sagen, warum. Ich hab nämlich W nach vorne gedrückt. Du darfst nicht rudern, darfst du nicht. Rudern ist böse. Okay, alles klar. Ah! Okay. Also, ich kann rudern. Guck, ich rudere. Oh, doch. Nein, kannst du nicht. Feige ist not enabled on the server. Hallo, ei, ei. Hallo, ei, ei, ei. Hallo, ei, ei. Oh, Moment. Oh, da bin ich wieder. Ich darf rudern, ne? Ne, nur ganz kurz durfte ich rudern. Warum hat das jetzt wehgetan? Ich hab doch jetzt schon keine Lust mehr. Au! Haben wir ehrlich gesagt, welches Datum heute ist? Okay. Oh, das ist der 19., ne? Ja, der 19. Ich hab keine Ahnung, wie man... Ich weiß nicht, wie das gehen soll, dass du... Das wird uns so anpissen, so die extra halbe Stunde... Stunde mehr. Ich weiß noch nicht, wie lang das gehen wird. Ich weiß halt nicht, wie man... Wie man dann so viel Schwung haben soll. Ich glaub, du sollst einfach nur hoch springen, oder? Wo war ich? Ah! Oh. Hm. 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 Ich seh's jetzt irgendwie nicht so, also... Kann ich auf der Kuhreiten irgendwie unterhinkommen? Hm. Au! Wenn ich einen Sattel hätte... Ich weiß das nicht. Ich seh's jetzt nicht. Ah! Hi! Ja, okay, dann verkack's jetzt bitte nicht und mach das... Schaff den Rest noch, dann kannst du mir die Tür öffnen. Hast du mich jetzt unter Druck gesetzt? Kann... Aua. Sein. Ja. Darf dann irgendwie erst ab da lenken. Ähm... Oh man, das funktioniert nicht! Ich hab Angst, ich hab Angst, was passt... Ich hab nichts gedrückt! Aber egal, ich bin ja noch hier oben. Ich darf ja nicht fliegen, ne? Das ist halt einfach... Ja, aber ich hab nichts... Fliegen ist böse. Aber ich hab nichts gedrückt. Das ist einfach, dass du schon alleine da oben in dem Boot bist und fliegst. Zählt schon. Das ist schon böse. Ach so! Ich bin oben! Aua, mach mir bitte die Tür auf. Aua, mach mir bitte... Hier ist wieder nur ein Knöppchen. Ach, verfickt. Ich meinte, blöd. Warte, können wir mal kurz, ähm... Geht das? Weil ich hab überhaupt keinen Bock, dass einer von uns auf der anderen Seite runtersegelt. Also genau betrachtet müssten wir eigentlich diese scheiß Rätsel gar nicht machen. Hallo? Nein! Nein! Ach, scheiße. Guck mal, wir haben jetzt zwei Blöcke, Mensch. Das wär ja schade, wenn wir die benutzen müssten. Das heben wir uns schon mal auf. Ähm, ähm... Hi. Okay. Jetzt bin ich... Oh Gott! Solche Sprünge... Auaah, ach... Hassig! Mhm? Mhm, okay. Gut. Ich nehme mal meine Luftverstand in die Hand, damit das Ganze wird angenehmer. Hä? Häh? Uh? Oh. Oh! Ah, ne! Das war so schön! Oh, Mann! Ah! Hallo! Entschuldigung! Das ist ein bisschen eng hier. That's what he said. Das ist nicht unbedingt dann ange... Das war auch eine sehr enge Stelle. Da wusste ich jetzt auch nicht so genau, was ich machen sollte. Das ist beim ersten Mal so was. Beim zweiten Mal weiß ich bestimmt schon viel mehr, wie es abgeht. Das ist... Das macht so Spaß hier. Nein. Nee. Oh Mann, no. Scheiße, dass die König der Löwenmusik copyright ist. Jetzt kann ich das gleich mal in einem Spiel. Immer mal in die Schreie. So was, keine Ahnung. Ich kann auch nicht mehr. Keine Ahnung, was das denn Song war. Wer war nicht schön. Cry me a river. Der ist aber gefroren da unten. Das ist ein bisschen nünchlich. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, wie das funktioniert. So, wie bist du an denen da unten? Da wird... Ich werde einfach draufgesprungen. Einfach gesprungen und shift gedrückt halten, damit ich auf der Leiter geblieben bin. Einfach so da. Sprungen und shift drücken. Habe ich aber gemacht. Mich fand ich halt einfach immer einfach so, als würde ich nicht springen. Mach das alles, der hat mir Spaß. Mach das alles, der hat mir Spaß. Die Kuh kommt jetzt mit. Kommst mit jetzt. Sprichst mit mir jetzt. Mich handelst du schon wieder arme Kühe hier? Nee, nur mitspringen. Aber ich springe immer vor die Glowstone. Einfach runterlaufen. Gar nicht springen. Einfach runterlaufen. Du hast eben gesagt, springen. Ich hab dir vertraut. Also ich bin anscheinend runtergelaufen. Ich hab das nur vergessen. Schon nach drei Sekunden. Warum ist die Kuh? Die Kuh ist leider gestorben. Ich glaube, ich hab die... Aber... Entschuldigung. Ich glaube, ich hab die erwokt, dass ich da oben irgendwie... Ich hab keine Ahnung. Warum? Aber ich hab jetzt Gingerbreads. Das ist Leder. Nam, 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 nam. Hm, ich weg die Schuhe. So, liebe Zuschauer, mit wem soll ich denn nächstes Jahr meinen Adventskalender hier aufnehmen? Oh, ich hab auch Rostfleisch bekommen. Hier, bitteschön. Nein! Oh, ich war doch nicht da dran. Ich hab's doch gespürt. Wo musst du denn hin? Geradeaus rüber? Ich weiß nicht. Ich versuche geradeaus rüber zu springen und an der Leiter hängen zu bleiben, weil wenn ich an die Leiter springe, falle ich jedes Mal runter. Also springe ich geradeaus und dann schiff. Damit ich halt an der Leiter hängen bleibe. Und dann muss ich halt rechtzeitig reagieren. Das kann ich halt nicht. Nein, halt ein bisschen. Alles schön. Ich mag mein Leben. Ah, ich hab's mir auf deiner Seite runtergefallen. Gut, dass hier die Tür offen ist. Siehst du? Ja, ja, also... Ja, ich bin jetzt schon wieder an dem Punkt, an dem das alles keinen Spaß mehr macht. Das ist wirklich so. Oh, jetzt alles zu Weihnachten. Oh, guten Tag, hallo. Spielen wir schneller. Ich muss auch noch hin. Bonita ist tot. Warum ist Bonita tot? Und wer hat das gemacht? Was soll das? Warum ist Bonita kaputt? Hallo. Guten Tag. Hallo. 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 Geh, sieh mal. Hallo, Bonita. Na, guck mal, Bonita. Oh, Bonita. Oh, Bonita. Komm mit. Oh, Bonita. Nein, ich gehe in die Schleim. Das ist ja eckig. Guck mal, wo ist Bonita gefunden? Oh, Bonita, guck mal. Da ist wo ist Fleisch. Willst du das haben? Willst du das haben? Das war sehr brutal. Gib mir mal die Leine wieder. Gib mir die einfach wieder. Danke. Sollst uns zugucken. Sollte mal wieder einen goldenen Apfel nehmen. Oh, danke, dass die Welt jetzt gespeichert wurde. Das hilft enorm weiter. Hat der Server mal wieder die Welt gerettet. Kann ich mich nicht irgendwie durch? Kann ich mich nicht irgendwie ein bisschen durchditschen? Nee, schade. Jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, dass alles mit dem Schleim wäre halt voll einfach eigentlich. Ja. Dann soll er das machen? Aber dann wieder rumschreiben mir auch Leute in die Kommentare, wir bräuchten ja einfach nur mal einen Dick und Dick. Stimmt. Aber der ist halt leider nicht dabei. Der Weihnachteran sieht jetzt auch nicht so aus, weißt du? Das war eher so mechanisch, deswegen. Oh, ich habe es berührt. Bin dann aber nicht nach oben, sondern vorwärts. Das war blöd. Das klingt wie so ein schlechtes Tutorial für das erste Mal. Ja, doch, da kommt es ihm. Naja, also, wenn man rechtzeitig schnell genug die Tasten drückt, ist halt auch so ein Ding. Wir sind halt nicht krass, wir haben halt noch ein Leben. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Minecraft-Kiddies, die ganz anderen nichts anderes machen als Minecraft-Spielen oder irgendwelche Leitersprung-Ließe zu machen, deswegen vor die krassen Bros sind. Wir haben halt einfach auch noch einen Job. Ist jetzt halt die Frage, gibt es noch Minecraft-Kiddies oder sind das alles Fortnite-Kiddies inzwischen? Ja, vor allen Dingen sind die Minecraft-Kiddies inzwischen Minecraft-Erwachsies oder sowas? So Adults, Minecraft-Adulties oder sowas? Weil ich meine, wenn man vor, die Zeit in die Zölze zocken, die halt Minecraft wie blöde, sind natürlich jetzt erwachsen und halt kennen sich aus mit Minecraft. Ich meine, was macht das immer? Ist man denn ein Superlap? Es ist mir halt auch so egal, wie einfach das eigentlich sein soll. Ich spiele halt nie Minecraft. Es ist mir egal. Ich springe mal gegen den Holzblock, das ist viel schlimmer. Es ist halt einfach auch so der Pump. Ich denke so, wäre das Video noch witzig, würden wir einfach hier durchspringen. Ich glaube nicht. True. Ähm. Aber wenn ich nicht schon die Leiter gespürt hätte, wäre ich jetzt verzweifelt, aber ich habe die Leiter schon fast gespürt, deswegen spüre die Leiter. Ich weiß hier tatsächlich nicht, wie ich weiterkommen muss. Ja, oh ne. Ja, scheiße. Ich muss ja da drauf springen. Oh, Mensch. Wow. Krass. Das ist viel angenehmer. Vielleicht hätte ich diesen Kaktus gebraucht. Den Kaktus. Welch stehen die aber auch einfach im Weg? Aber es wäre schöner gewesen, wenn ein Kaktus drin gewesen wäre. Oh Mensch, zwei Leitern. Ja, das könnte aber vielleicht zufällig irgendwie da hoch, ne? Versuchen wir es mal erst mal. Mit der Leitvariante. Ja, genau. Irgendwann ist der Punkt gekommen, der will ich auch nicht mehr. Vor allem, das ist der Sprung hier, ist schon cool genug, dass die... Ah, sah schön aus. Äh. Ich bin froh, ich bin überwiebel. Ich bin drüber gesprungen. Geil. Ich bin nicht mal drangesprungen. Komm Bonita, geh, geh. Auf, solange du noch kannst. Ah Bonita. Die wachsen aber komisch mit dir noch. Geh weg. Oha. Bonita, hab ich heute heute einen Apfel haben. Ah, will ich ihn nicht? Okay, gut. Gib den armen Kühen keine Drogen. Stimmt, ey. Mushroom-Kuh auf Drogen. Wer kommt denn auf so die Idee? Ah. Oh, schön. Ich schaffe den Sprung halt auch nicht mehr. Das ist ein Fan. Ich vermisse die Boote, die uns vom Server gekickt haben. Oh mein Gott, ich will auch wieder Boot fahren. Ich setze mir gleich einfach ein Boot hin, ey. Und dann? Weiß ich nicht. Was ist da drin? Dann bist du ein Boot hat, der ein Boot hat. Ja, dann bleib ich da drin bis Weihnachten oder so. So. Und jetzt stellt sich mir wieder die Frage, warum ist da Eis? Nämlich. Weiß ich auch nicht. Er ist geschmolzen. Weil ich bin Glumander. Aber du hast die Leiter. Ja, ich bin leider nur ein Pikachu. Du hast die Leiter, deswegen musst du das leider schaffen hier. Boah, bin ich gesprungen, Mann. Hast du diesen Sprung gesehen? Der war ja richtig krass. You never skip Black Day. Ja, Mann, never skip Black Day. Meine Oberschenkelmuskulatur ist halt einfach übelst krass. Blitzen, blitzen, guck doch einfach so. Nein, lass mich hier, bitte. Ich hab euch gehört. Blitzen, wir haben deinen Freund. Wichsen, komm mit jetzt. Ach so, ja, Wichsen, ja, da komm ich doch direkt Mami zu Wichsen. Komm her jetzt, komm jetzt raus, Mann. Sonst donnert es aber gleich wortwörtlich, weil da ist nur so ein... Du sag mal, ich hab mal so eine rein hypothetische Frage, ne? Das ist halt schon ziemlich dämlich, dieses Jumping-Puzzle, was genau betrachtet wird. Alter, wir müssen beim Blitzen jetzt aufpassen, dass wir nicht allzu schnell laufen. Nachher werden wir noch geblitzt. Oh, da renne ich schon. Oh, der kann aber folgen, du. Ja, also, das ist voll gut, nicht schlecht, du. Hm, Gott. Entschuldigung. Der hat noch eine Pirouette gemacht, bevor er rausgegangen ist. Sehr schön. Oh, Gott sei Dank, das sind Boote. Jetzt komm mal schnell nach Hause. Sind wir noch da? Ja. Wow, 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 wow. Okay, okay, alles klar, ich krieg das jetzt. Nein, Moment, ich kann das, ich kann das. Ich komm gleich nach Hause, gleich, Vitor. Okay, wow, 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 wow. Okay, das ist jetzt zu kratzt. Okay, alles gut. Ah, okay, nein, 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 nein. Auf meine Rolle, oh, oh, mein Gott. Ah, wie steuert man das? Hi, okay, ich muss andersrum das. Oh, Gott. Ja. Nicht auf dem Land. Da lang. Da lang. Oh, dann da lang. Oh. Nein, 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 das ist zu viel. Oh mein Gott, ne, hochte Scheiße. Das war die falsche Richtung. Rückwärts, rückwärts. Wie, 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 wie. Wie, 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 wie. Wie, wie, wie Was von Weihnachten? Wie, wie, wie. Oh mein Gott, um, um, um. Nicht im Raum. Okay, ganz gut, aber zurück, ganz langsam... AAAAAAHHHHHH Der ist auch in Bord. Ich glaube da war der so richtig, bomb ich hab das noch nicht. Hier wo ist das noch? OJUJUJUJU JUEIJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJУJUJUJUJU! Ich bin auch in Bord. Ja wo ist vorn? Ich bin wieder Schaden gekriegt. Wo bist du? Ich weiß nicht. Ich habe Probleme! Ich habe Probleme! Ach, da bist du! Hä, wo bist du hin? Ich ruder jetzt über Land. Oh, das ist so fett, das Boot. Hä, du standst da gerade. Wo bist du hin? Ich weiß nicht. Nee, ist woanders. Aber wo bist du? Oh, ich hab mein Boot kaputt gemacht. Hä, du standest gerade bei mir wieder vorm Stall. Okay. Ach, da unten bist du. Hi! Ich hab mein Boot kaputt gemacht. Ist das okay? Ja, es ist in Ordnung. Oh Gott, ich weine. Ist aber eine schöne Erfahrung, kann ich echt nur empfehlen. Ohne Scheiß, das war mehr Entertainment als das ganze Sprung-Rese. Ja, ist doch wirklich so. Ist jetzt auch schlecht, weil in First-Person ist das nicht so schön. Ich hab das schön von außerhalb gefilmt. Ja, nee, ich hab das in First-Person gehabt, und der war halt mehr so... Nee, ist schlecht vom... Was macht der Backup-Weihnachtsmann da unten? Schlittschuh laufen. Gott. Der ist ein Eisbär am ertrinken, aber okay. Na, der planscht da nur. Das ist sein Sommer-Wallpool. Erzähl du dir das mal. Naja. Da hab ich eigentlich irgendwie so einen grünen Wall-Block im Inventar. Weißt du gar nicht? Ich weiß es nicht. So, blitzen musst du auf die andere Seite. Ja, genau. Und dann, wenn's geht, irgendwie... äh... da. Kannst du ihn hier oben vielleicht dran machen, oder? Ich hab das. Ja. Ah ja, perfekt. Wunderbar. Geil. Sehr schön. Oh. Liebe Kinder. Bis morgen. Ja, tschüss. Tschüss, bitte. Tschüss. Schleuar.